Victor Stancescu, als Vizemeister kann es eigentlich für ein Team wie Claude Flyers für die neue Saison nur ein Ziel geben, den Titelmoane. Nein, das ist sicher nicht so. Wir haben letztes Jahr eine gute Saison gehabt und sind relativ weit gekommen, aber jetzt fängt es wieder von hinten an, also von vorne verziehungsweise, immer aufs Neue. Und wir müssen wieder genauso Leistung anbringen, so eine Saison spielen wie letztes Jahr und ob es dann für das Finale wieder reicht, das wird sich zeigen, weil es gibt viele gute Mannschaften und im Finale kommen ist nicht selbstverständlich. Im Moment der Finale in der Lage, der letzte Saison war Frust und Enttäuschung riesengroß. Hat man jetzt mittlerweile mit ein wenig Abstand auch etwas Positives drausengewinnen bzw. stolz sein auf die Leistung von letzter Saison? Ja, natürlich. Es sind alle stolz auf das, was wir letztes Jahr geleistet haben. Es war eine super Saison, aber eben wie gesagt, es ist wirklich der Moment zum Abschliessen mit dem. Es ist klar, dass nach dem Hinterlag die Enttäuschung gross ist, wenn man nicht um ein grosses Ziel ist, aber das muss man akzeptieren im Sport und es hat letztes Jahr nicht gelangt. Wir müssen jetzt diese Saison alles geben und vielleicht kommen wir die Chancen wieder rüber und für das müssen wir einfach das Beste aus uns rausholen und es muss auch sonst vieles stimmen, damit wir so weit kommen können. Und das Ziel, wir haben jetzt auch neue Spieler, wir sind in diesem Sinne eine neue Mannschaft, das ist jedes Jahr immer so. Und jetzt wollen wir versuchen, mit dieser Mannschaft, wo wir dieses Jahr sind, so weit kommen, wie es nur geht. Der Auftakt ist genau wieder gegen den Meister Davos. Eine ganz besondere Erfische zum Saisonstart oder nimmt man das wie jetzt ganz neue Sachen, neue Spiele, eine neue Saison? Das ist ein ganz normales Meisterschaftsspiel mit dem Ausland, was das Erste ist. Das hat mit dem Gegner nichts zu tun. Wir spielen so viel gegen Davos immer sechs Mal in der Saison plus nach Playoffs in den letzten paar Jahren. Die Gegner in diesem Sinne sind keine spezielle Anfische, sondern ein gewöhnliche Anfische für uns. Aber ich finde es im Prinzip eigentlich noch gut, weil Davos ist eine Mannschaft, die schnell spielt, körperbetont spielt. Und es ist eigentlich für mich ein guter Gegner für den ersten Match, weil da ist man schnell drin. Und ja, es ist sicher besser, als wenn jetzt eine defensiv eingestellte Mannschaft kommt, wo es so ein Knurz gibt. Nacht und fertig los. Jetzt haben Sie ja in der Saisonvorbereitung ein paar Verletzungsbechte zu beklagen gehabt. Der Kellenberger, der Nordgren fallen aus. Inwiefern hat das die Vorbereitung gestört oder wie geht die Mannschaft damit um? Ja, man hat natürlich einen Haufen junge Spieler, die jetzt ein bisschen leistig kommen und sicher auch am Anfang der Saison werden ihre Chance bekommen. Und Verletzungen sind normal. Dass es jetzt gerade Anfang der Saison ist, dass es jetzt gut oder schlecht ist, das weiss man nicht. Aber das sind Verletzungen, das muss man akzeptieren. Und ich hoffe, dass beide so schnell wie möglich zurückkommen. Und wir haben eben gesagt, wir haben genug Spieler und genug Substanz, um in der Saison durchzukommen, auch mit ein paar Verletzten. Bei einer anderen Mannschaften ist es genau das Gleiche. Haben Sie sich persönlich für die neue Saison vorgenommen? Ja, im Prinzip habe ich mir die gleichen Sachen vorgenommen, die ich mir auch in der Vergangenheit vorgenommen habe. Ich möchte selber weiterkommen, mich die Mannschaft so gut wie möglich unterstützen. Und ich möchte Verantwortung übernehmen. Insofern freue ich mich auch auf die nächste Saison mit dieser Mannschaft. Danke vielmals, wirkt es den Jets gut. Danke. 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 Danke.